Hallo, ich bin die Ramona und das ist meine Polaris Outlaw 525S. Sie ist mein Ein und Alles, so wie sie jetzt dasteht und erst recht wegen dem KTM-Motor. Hallo, ich bin der Uli, das ist meine 700er Webto, die ich nach meinen Vorstellungen gehe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020